Mal schauen, was haben wir denn hier so in der Gegend? Angelo kann es nun sein. Der Garten auf der Garten kann es hören, wenn wir jetzt sprechen. Ich werde später erzählen. Follow me. Der Garten ist vorhin. Genau, niemand macht einen Geräusch, okay? Der Garten ist ein Geräusch. Ich habe den Garten mit einem Geräusch schlafen. Perfekt. Funktioniert. Okay, durch hier. Okay, wir sind hier sicher. Okay, wir sind hier sicher. Cool! Und das ist richtig. Das ist richtig los auf den Stachel. Ah, ein Geheimgang. Ein Geheimgang. Das ist alles gut und gut. Aber hast du Angst, dass uns Freunde mit diesem alten Monster zu sein? Es ist wahr, dass ich nichts über dich weiß. Denn vor allem, dass du in die Interrogation-Runde gebracht hast, das schreckliche Gefühl, das fliegt. Ich muss dir dafür bedanken. Ich bin nicht so rechtlich. Und außerdem, ich konnte nicht vor, während eine Frau war. Das führt außerhalb. So. Wir werden ja bestimmt nicht ohne dich das verlassen, oder? Ah, da steht unser Pferdchen. 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 Davor. Das heißt, man müsste die ja wiedererkennen. Können Sie mit uns mitkommen. Schon. Sicherlich kommen wir mit. Ich hab Bock dazu. Oh, ich hab jetzt keinen Bock zu kämpfen. Fangen wir erstmal hier vorne ganz schnell an. So, ein nach dem anderen. Der flieht sowieso, das ist schon mal gut, das heißt wir können uns einfach straighter durchkämpfen. Tschüss, tschüss. Und sie lässt rot schimmeln, super. Und mit dem Rotschimmel können wir, wenn der Käse nicht verbraucht ist. Ne, ist da nicht. Ein Stück Käse einpacken. Und einen Rotschimpel hinterher. Ne, einer mit und dann Kuh drücken. Und dann sollte da ein Käse auskommen, wenn es funktioniert. Ja, das ist es. Weil, ähm, es gibt noch einen Wasserpestschimmel und einen Qualitätsschimmel. Den man dazu benutzen kann. Was natürlich noch so, jetzt so langsam kommen die Erinnerung wieder hoch. Ich hab natürlich auch, wie gesagt, so geschaut, was man mit dem Alchemie Kessel herstellen kann. Dann machen wir erst mal die ein und mit dem machen wir den. So machen kann. Und das ist, äh, der war halt so ein Anfangspunkt auf Englisch. Das ist halt schon geil. Müsste ja jetzt gleich kommen. Ich will ihnen auf jeden Fall helfen. Kommen uns was wolle, dann werden wir halt nochmal da durchgeschickt. Sind wir halt Hexter oder so. Aber wir können es ja nicht zulassen. Lass ja alles auf. Der ist eh der geilste. Der steht da vorne noch an der Tür, als ob nichts wäre. So, und jetzt muss ich auch mal wirklich auf die Zeit achten, weil die Videos allgemein schon so langsam hochgehen. Sollts nicht so sein, dass ich jetzt, äh, sage, komm, mit 10 Minuten, dass es mehr Parts wäre. Nee. Gehts wirklich ums Hochladen, dass es nicht mehr am schnellsten geht. Weg da. Wo sind wir schneller als er? Ja. Dann! Wo ist... Huh? Das Sinister Presente wieder. Nein. Das ist pure Blut. Aberfrancisco! Es ist lockt von dem... Marcello? Ich... 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 Was passiert hier nun? Können wir sich da drum? Oh, tot. Nein. Klar kommen wir mit hoch. Ich will fighten hier. Was geht ab? Oh. Der Narr. Ihr müsst den Abdritten. Normalerweise will ich eigentlich die ganzen Texte nicht vorlesen. Der Magos. Marcello! Der Magos. Das war das ... Das Texte. Er ist stark. Aber du kannst ihn nicht. Das ist eine Ordnung, Templar Angelo! Das ist eine Ordnung, wenn es ihr wünscht ist. Aber schuldigter Herr, wenn es das ist... Die Gottes wird uns alle von irgendwelchen Verlust du kannst. Gut, gut, welche Hoffnung du hast. Wir stellen es auf den Test, ob wir? Wait, 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 wait!